so ein wunderschönen guten tag liebe leute herzlich willkommen zurück auf den kreberkanal mit meiner wenigkeit und natürlich die matze hallihallo ein wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zurück über 18 am start ja in der zwei natürlich eins haben wir nicht so geschafft wollten wir nicht durften wir nicht konnten wir nicht dann machen wir jetzt in der zwei und hoffentlich lange wieder auf wer was feines dem schließe ich mich doch einfach mal an liga 2 geht wieder los schön war es in liga 1 aber es hat halt nicht so sein ja die gegner waren ja doch etwas zu gut anscheinend wobei ja wir haben ja immerhin ein spiel gewonnen ja wir haben viel zu spät angefangen da vernünftig zu spielen kein elfer so ja und jetzt wollen wir uns nicht wieder gut schlage liga 2 und vielleicht ja die klasse halten das wäre schon ganz schön warum denn oh jawohl aber hoch nein macht schieß zum abschluss habe ich habe ich habe ich habe ich ich mache mal passiert ihr wollt perfekt schießt doch wie lange erwarten weil wieder rein wie wir den ball wieder reintragen naja fand ich jetzt eigentlich gar nicht so aber dass ich den sensationell zurückgeholt was da die richter ich bin doch das gibt es nicht habe ich mit gerechnet aber schade da kommt zu schnell nein na gut das wird aufhalten mein vorteil ja das war nicht kein geld voll oder doch ja okay muss man so hinnehmen ist halt so nicht ich denke ich denke ich denke ich doch ja oh nein steht schön gesehen nein nein noch klar habe ich habe ich nicht ah 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 oh komm kollege ah neuer sollte haben das hat vibrierte gerade ist dass wir das böse verletzten steht schon wieder auf hier und die alles ist so du könntest du eigentlich passen wenn du möchtest oder soll ich ganz oben auf ne ich mach kurz hier runter ich stehe grieberie und aber auch kommt ja wohl perfekt noch runter wirtschaften ach ja ich wollte einmal hochziehen und dann hätte ich wahrscheinlich draufgehalten hab ich hab ich hab ich ja bist du den der ist schnell oh was ist das denn Kollege kann man machen kann man machen sehr optimistisch ja na klar kann auf jeden Fall machen ja oh stark aufbezieht Arsch man hätte ihn direkt schicken können schade ja war dann leider zu spät wir sind wir sind wach hier wir müssen mal weiter was das auf jeden Fall das sieht doch was na oh 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 nein doch so klar warte warte oh shit hast du sagen oh das war mutig was war nach oben du kannst du dann sicher ja jetzt ist er da ja achs juli aujourd'irli Oscars geschehen linie oder hier unter vielen kannst du also ja hier 6 an den 6er hier herr naja gut ich versuche es aber okay einmal runter x fertig war zu einfach der weg war zu ein kein jawohl stark warum läuft er denn nicht zum weil ich weiß es nicht nur er wird es uns beantworten können und ich mache den weg zu was macht er aber so ist es erwartet bis ich ankomme und dann spielt ja jetzt hat der futter schade ich die noch ja meiner kleiner perfekt und jetzt die treffe hat noch kein geld kommt jetzt schimpflichter voll ja ja ich dachte wer aber holen oder die leister okay den hast du ich schick mal die rabioter abwehr also der durch seine nicht so weit vorne sein ach so ach so dachte hallo gesperrt das geht nicht so wie er direkt kommt damit mit grätschen ja geblockt ja kawani wollen sie alle schießen ja ja wirklich neuer okay warum hält er die nicht jawohl jetzt konnte er ja saubere sache kommt müller sie schickt jetzt bist du aber noch drin das ist kein abseits start er kann man direkt spielt er denn wahrscheinlich egal egal weiter geht's ja 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 wohl schade ihr wohl sahne breites legt wird sagen das war aber schade es war außerhalb aber der hat mich da und nicht weggesetzt nächste gelbe habe ich habe ich habe ich gar nicht gesehen ja ich weiß nicht wie auch noch mal kommt aber es war schon und die ist voll jetzt sage ich und ich sag oder mich noch weg da habe ich sogar nicht gesehen wir sind zu spät ja ist bisschen blöd warte mal spiele rufen ich könnte höchstens kann ich hier kann zweiten mann reinholen anscheinend nicht an die höchstens wissen auflocken ja mach mal weil oder also versuch oder flank rein eins von beiden gewollt war schade da war sogar nicht schlecht was müh zu hoch aber ticken zu wenig ja gar nicht gar nicht so verkehrte nach schade abgelaufen hoch schickt der bau dran ja kleiner was du hast du doch ach das ist doof echt das ist gar nicht drauf einstellen schade ich glauben könnten auch sauber schick noch mal schon das besser glaube ich bitte nein ich wollte kurz jetzt ja gut drauf das ding schade 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 zu zentral schade habe ich hast du oh ja wohl komm lieber lauf doch keiner was abseits lass doch weiter laufen der werden hier im leben sogar waren ja angekommen ich mache gleich runter ja ja da kommt eine das gibt so nicht damit rechne ich dann immer nicht ach scheiße der war vielleicht er kommt der kommt 1 von 5 von 15 mal an und ja ja meine 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 kommt nein hatte ich glaube in der mitte die freiheit steuer wohl stark stark schön abgewährt aber macht mitte macht mitte zur not ich bin da was er weiß es ja gibt sogar geld nie im leben ist so was geld mal ernst alles glas geld das machst du dafür ein böses voll ja hast du ja hast du die grätsche gesehen wo lauf ich denn hin man so neuer hast du kommen bitte ja wenn man sich ja lauf wie nachher pfeift ist okay denn der ball war im tor ich habe so was ja okay das wäre das das hätte ich direkt geschickt ehrlich so gespielt haben wir mal nach vorne wer wird er wird der war natürlich sauber nach vorne geschwacht so jetzt schade ich glaube chancen bloß haben wir bis auf den ihre zwei ecken wo sie da haben aber ja das ist so fehlt noch wo die solche sind mehr sogar ja okay ballbesitz zu unserer seite naja ausbaufähig auf jeden fall aber ich bin da positiver dinge den ersten drei jahr hier in dieser saison zu holen wird ja auch mal zeit ich will zurück in liga 1 ja sicher sicher obwohl ja guck mal die haben sieben schüsse weiß ich gar nicht wo und zwar auf so sehr gut ist wahrscheinlich wir haben ja einige geblockt die dann noch raus ging zur ecke oder wie auch immer zum einwurf die damit werden ok ich sag wir gewinnen das ding 20 ich glaube ich glaube wir machen noch zwei dinger aber jetzt bin ich auch ruhig sonst geht das alles wieder nach hinten muss okay wir kennen wir kennen ja ja wunderbar ich mache hier hoch jawohl in die mitte schießt ja ich hoffe sich frei da wunderbare ob sie schießen schießen ob oder sei gar nicht so im kopf gehabt ich bin wieder runter war klar wie nach oben wie nach oben wo habe wohin und drauf was auch nach fack das ja kann es mal versuchen und mein eigenes ja wunderbar schick nach gott scheiße falsche richtung das ist meine nächsten aufstellung direkt mit command spiel bitte ok wo ja deiner deiner aber wieder abgelaufen wurde eiskalt und das übernehmen aber aufpassen müssen wir müssen mal nur ein bisschen ruhe einkommen das nirgends kriegen wir noch ein ja oh ich jawohl sauber spiel kurz wenn ja ich musste ihn einfach machen ich musste ihn machen jawohl stark gekonnt hat spielen wollen ja aber stark gekonnt hat aber wer glaub ich ja auf jeden fall ball geholt sagt nach vorne ja müller abgeht die rakete 1-0 oder falle nur so fällst aber gut getroffen hier mit dem aus riechen 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 sehr schön sehr schön wir haben eben dussel gehabt und dann machen wir es auch noch die werden sich gerade ärgern oh lieber stark ach schade jawohl komm runter jawohl ich hab ihn ich hab ihn oh hoch nein schade oh was denn auch nicht durchkommen lassen ich bin da ich bin da mach doch wundervor und lang 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 ich bin jetzt lauf jawohl nein ach shit kann auch besser mitnehmen hier ja was hast du vor nein doch bitte einfach fuck ernsthaft fuck haha wie easy war das denn bitte ja echt wir haben uns echt viel zu einfach auslaufen lassen da voll von übersteiger beeinflussen lassen ja ich weiß ärgerlich egal dann halt 2-1 nein nein warum macht er denn mit dacke wollte die doch nur gleich zu dir haben oh ich bleib hier unten ja hast du ach ach starb hab ich habe ich habe ich habe ich habe nein ich habe sofort als ich noch nicht mal hatte habe ich schon gleich weitergelebt passen geschickt zu dir aber nein ist erst an ihm oh 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 scheiße ich passt zu rocken ja weil ach nein ja damit habe ich jetzt leider gar nicht gerechnet dass er da reinläuft läuft ja stark und sie mitte jawohl jetzt aber bitte ich hätte jetzt neben lieber gestellt ja wegen gegeben karte keine ahnung ich weiß nicht ich glaube mir das geht passiert wenn nix wenn wenn gelb rot geht das auf meine kappe den rahmen ist sich mal ein bisschen vor war ja genau wer ist nicht mal ganz so im saft okay aber wen dahinter ich habe eine idee wir bringen einfach mal toll ich so muss ja mutig sein und dann kann ich nur mal gucken ob ja toll ich so kann auch defensiv perfekt was und robben haben wir dann alternativen ja das ist dann jetzt durch das war der letzte wechsel kann ja nicht mehr ändern weil wir haben doch kommen schon reingebracht von für über die stimmen stimmen waren natürlich so man ja gar nicht ja gar nicht so ansonsten alternative roppen ja in fifa 19 an koretzka gucken wir noch so alles kommt ja und auch bei ronaldo man weiß es nicht genau okay so die wenn wohl nicht spielen wo die nehmen habe juraus ein geld ein geld wo gewann so mal gucken wo ich noch an war und einer oh ja wohl dank mal ja scheiße dass das war eben doof weil ja ich habe direkt gespielt aber da kam ich mich total dumm okay mich nach und ich nicht mit mir jetzt wird ihn wieder einer der hoppen ist auch der allrounder da kommst du ja scheiße wie doof wie doof er mit läuft da ja nö dembei möchte ich nicht ich möchte nur richtung vorlaufen mehr mein ich wo deiner kommt nein war glück da war scheiße auch unter vom ja man den habe ich mir nicht mal vorgelegt ich schwöre die setze mitgenommen ja stark der wollte der wollte uns wieder ausflaxen hier was war so ein wormen nein nein er sollte da aber nicht hin und der sollte auch nicht gleich losgehen ich bleib in der mitte jawohl ich soll nicht wahr sein wir haben es so gut im griff gehabt endlich nein mittels frei mittels scheiße oder park in der neunzigsten wieder traxas hier los scheiße komplett leer gelassen für ein angefangen mal vorliegen hier noch weiter vor ah nein 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 hat er den spieler gewechselt hat nach ärgert mich werden es echt im griff eigentlich ja eigentlich ist der führung überhaupt nicht die schlechtere mannschaft erst einmal richtig die gasse geben schade punkte auf jeden fall verdient gewesen ja oder aber eben zum schluss hatte ich habe auch nicht ich dachte okay jetzt hat er auf einmal wieder okay naja genau hast du dir selbst den pass gegeben sozusagen ist total bestellert aber das hat mich das hat mich voll generiert weil ich wollte ich wollte wieder in den strafraum einlaufen mit dem mit dem stürmer war ich aber am ball dann hat toll und stehst du dann läuft direkt im verteidiger ein naja was soll das erste spiel erste niederlage wir haben noch neun spiele vor uns und wir geloben besserung aber es weil ich sich eigentlich alles verkehrt ja wir haben ja an die vernünftige spiel aber jeder gehört dazu und dann hoffen wir mal dass es in einem der nächsten spiele besser wird hoffe ich doch in allem und dann sind krebert r.a.u.s und dann geht's Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020